He he he, loil Dieser Ultra Instinct Blitzbeschwörer, schlag zu BLITZEBESCHWÄRER Es komm du Kack Blitz Blitz Jaaa Jaaa So nämlich Bam Ach als dort ein blauer kommt Haha Xerox wird auch mal stehen geblieben Nee 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 geh weg geh weg geh weg Du Sack He 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 Er fährt sogar rückwärts alter Oh Geschafft Das kann nicht sein Das kann einfach nicht sein Nein Das ist nicht normal wirklich Das kann nicht sein Wie kann ich 6 Plätze verlieren und dann noch einen roten abbekommen random Was? 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 Ja Ich hab nochmal einen Stern Bin erstmal safe Jaaaa der Blitz Blitz Blitzbeschwörer schlag zu Blitzbeschwörer Der Blitzbeschwörer Was? Das ist ein Betrug Egal egal das passt noch Komm komm Okay ich zieh noch Blitzbeschwörer Oh ne mal Oh ne Es ist echt ein Capge- Oh geiler Oh was ne geile Nummer Stark die Runde Oh, mal sehen, ob es jetzt klappt Na klar Na klar Habe ich mich gerade mit meinen eigenen Roten abgeschossen? Einen Stern? Ich hatte einen Stern? Was? Was? Ne, das glaube ich nicht Das ist Toshio Das kann nicht sein Wieso brächt ihr mich denn so? Oh Komm, bring mich auf die Eins, Torpedo Jaaaaaa 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 Skopel Oh, geschafft! Ich bin auf, auf, auf 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 Let's see Blitz Was war das denn für eine kurze Rakete Die war nur eine Fuck Wow was ein Lack Lackerlu am Start Alter was ein Lack Oh nein Wie kann das Als ob das Millimeter bei dem anderen Vorbeigeht und mich dann trifft Was kann man spielen Und vielleicht sogar eine Story Durchspielen Über ein paar Wochen Alter was kann denn da alles Hä Wie sah das denn aus Was passiert hier Nein Als ob er den Grünen trifft Als ob er Schnell 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 Nein Als ob Komm gib mir was geiles Das ist ein Das ist ein Mechanics Soll ich nur Bis zum nächsten Mal.